War das Dillinger, dem sie durch den Augapfel geschossen haben? Oder verwechsel ich da was? In Maul Green haben sie durch den Augapfel geschossen. Im Paten. Nein, ich meine jetzt im richtigen Leben. Oh. Hast du schon mal jemand den Augapfel weggeknallt? Ich hab mal einem Typen ins Ohr gepiekt. In einem Eispickel. Vor allem sein scheiß Ohr. Ja, das wär dann ein anderes Thema, ne? Das Thema Ohren. Was ist los mit dir, Harry? Nichts ist los mit mir, Holm. Bist du nervös, weil wir eine Tusse abknallen sollen? Oh ja, schau wie ich zitter. Ich hab das Tussenkiller zittern. Weißt du, was das letzte war, was der Boss zu mir gesagt hat, Holm? Er sagte, Harry... Harry, das erste Mal, als ich Sarah in die Augen gesehen habe, da wusste ich's. Ich wusste, ich bin verliebt. Ich wusste, ich bin im Arsch. Und schau, was ist passiert. Genau so war's auch. Also, Harry, wenn du sie abgeknallt hast, dann tu mir danach einen Gefallen und schieß ihr die Augapfel raus. Das genau waren seine Worte. Ich sag dir ein genaues Wort dafür. Overkill. Ich sag dir zwei genaue Worte dafür. Hört, hört. Ich sag dir drei genaue Worte dafür. Du hast verfickt nochmal recht.